Hallo, ich bin Len Kudrowitzki und ihr seht hingehört. Hallo Len, was machst du hier? Ich nehme hier das Hörbuch zu Familienbande, meinem Buch auf, oder? Und du hilfst mir. Wie kamst du darauf, jetzt deine Lebensgeschichte aufzuschreiben? Uh, ganz viele Geschichten, Emotionen, Erinnerungen in meinem Kopf, in meinem Herzen haben mich dazu bewegt, zu sagen, ich muss das mal alles rauslassen und aufschreiben. Und diese Reise, die ich angetreten habe, führte auch dazu, dass ich mich ein wenig freier in mir selbst gefühlt habe. Welche deiner Lebensstationen ist bis heute die prägendste für dich? Naja, es sind eigentlich zwei Lebensstationen, nämlich die Geburten meiner Kinder. Das waren ganz, ganz besondere Momente. Das ist eine unbeschreibliche Liebe, die man da fühlt und eine Verantwortung im selben Moment. Aber diese Nicht-aber-und und die Momente des Durchschneidens der Nabelschnuren, das war schon sehr emotional für mich. Und was gibt es vielleicht noch Unerwartetes, das wir über dich erfahren können? Oh, da gibt es ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel Emotionen, viel Geschichten. Zwischendurch darf auch geschmunzelt werden. Es wird eine Menge erfahren über einen Menschen, der viel erlebt hat, viel erleben durfte und viel auch ertragen musste und daraus das Beste gemacht hat. Was war für dich der größere Kulturschock? Die Wende, die du als Jugendlicher miterlebt hast oder dein erster Dreh in Hollywood? Ganz klar die Wende. Obwohl ich auch für sie dankbar bin, für diesen Kulturschock dankbar bin. Denn 15 Jahre ein System zu erleben, eine andere Gesellschaftsform und damit auch vielleicht auch ein Stück weit andere Mentalität, dafür bin ich sehr dankbar. Was hat dir der Kroatien-Krimi ermöglicht? Und meinst du, du hast irgendwann genug von der Rolle? Der Kroatien-Krimi, was hat er mir ermöglicht? Er hat mir wertvolle Lebenszeit ermöglicht. Er hat mir ermöglicht, ein Land kennenzulernen mit toller Kultur, mit einer tollen Geschichte, auch schmerzhaften Geschichte. Er hat mir ermöglicht, mit tollen Menschen zusammenarbeiten, die ein Stück weit auch Teil Familie geworden sind. Denn wir machen das jetzt mittlerweile seit sieben Jahren und verbringen jedes Jahr zweieinhalb Monate in Kroatien am Meer. Und es ist warm und das Essen ist schön und die Menschen sind auch toll. Also vielen Dank Kroatien-Krimi.